Wir haben hier ziemlich viel Content für euch, den wir euch natürlich präsentieren wollen. Und ja, die geht schlack auf schlack. Ich denke, ihr seid immer gut damit beliebt, weil wir hier an der Bühne zu sein. Da ist passiert immer was. Wer von euch hat denn Lust auf Startup 2? Kucken wir uns mal runter, dann gucken wir mal dann an. Dann gucken wir uns auch mal gleich Runden-Koop an. Und ja, das war ich dieser Like hier. Ich darf hier tatsächlich ein deutsches Begir des Startups bei mir aus der Bühne begrüßen. Deswegen und eine Grundsammlung an eurer Zeit, Dance Take Yeah! Hallo, heute ist alle wieder. Ich freue mich so. Ja ich hoffe. Ich meine, du bist ja der allererste Angeklassungsbereich. der auf den Wiesen- und Einheiten-Blick, nicht für uns zwei von zwei, sondern damals auch ein Stück der Selbe. Hunder vollbreich sein jetzt mal, unangetopft, an der Spitze in Deutschland, ungeschlagen. Los, Leute, gerne. Ja, so etwas und ähnlich war es dann. Wäre das schön, dass du Zeit gefunden hast? Ja, ja. Ich werde dir jetzt gleich die Bühne mal lassen. Genau. Ja, ich finde es hier ein bisschen ganz schön, dass du da bist, ab und zu, dass ich da sein darf. Ja. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Genau. Ihr habt auch später die Möglichkeit, das Ganze da selber, bei den Start-Craft-Stand aus. Und ich kann da wirklich genau anlegen, falls ihr es nicht getan habt. Geht da mal vorbei. Aber der ist, wie gesagt, deine Bühne, dein Publikum, dein Fabulous. Wir sehen uns gleich. Danke, danke. Ja, schön, dass ich heute mal wieder auf der Bühne sein darf. Und schön, dass ihr heute alle auf der Games kommt, weil wir werden jetzt gleich nicht über den Co-Mode in Start-Craft II sprechen. Es gibt tatsächlich einen neuen Kommandeur, nämlich Typhus, über den ich möchte gleich ein bisschen mehr sprechen. Dazu habe ich auch zwei besondere Gäste eingeladen. Im ersten, ein Spieler oder auch gleichzeitig Streamer aus Amerika, den würde ich ganz, äh, ganz gut verkommen, mal hier hoch wollen. Winter Starcraft! Okay, wir haben jetzt eine Gamescombe 2018. Was war das erste Mal für die erste Interesse von der Gamescombe? Es ist mir immer wieder ein paar Jahre lang. Es war einfach nur in der Mitte der Mitte. Es war so, es fühlt sich fast als ich hatte. Das ist genau das, was ich wollte. Ich hatte eine gute Zeit mit der StarCraft II Session. Für mich war ich Tychus. Ich habe eigentlich noch viel Spaß mit dem, denn ich bin die Kommandis so far. Weil wenn ich keine StarCraft habe, ich habe etwas anderes, und Tychus ist etwas anders. Ich bin nur noch ein bisschen. Ich bin nur noch zu viel. Ich bin nur noch ein paar Stunden. Ich bin nur noch ein paar Stunden. Aber ich habe auch noch ein paar Stunden. Ich bin ja noch alles auf dem Borde, aber ich bin noch ein paar Stunden mit der Nase. Ich habe die Regulation, das du es schadst, hast du in den anderen Borde. Du kannst eine auswählen, du kannst dich auch ein paar, Du kannst dich in die Arten zu nehmen. Und ich habe ein paar Hörer-Hurpale, und ich habe ihn auf Dasein. Ich habe die Arten gehabt, oder die Arten zu nehmen. Da geht's auch ein paar Hörer-Hörer-Hörer-Hörer-Es. Es ist ein spezieller operativer. Wir haben ein paar Ghosts in da, die Kontrollen von den Uniten und die alle Strecke in deinen. Ich werde dir viel mehr über die Titels in general sehr, sehr schnell spielen. Wir spielen in 2.0. Wir spielen in 1.0 mit einem Mann, den ich jetzt möchte. Das ist der Klimawandel in der Linienzeit. Kevin Dock, Lead Core-Designer von Mizzard X-Haus und der Karriere gekommen ist. Vielen Dank für Kevin Dock! Vielen Dank! Good to have you here. Good to have you here. It's great to have you here to talk to the guy. You're responsible for what we will see very soon. Let's talk a little bit about Tychus. What was your idea behind it? And what are your thoughts about it? Tychus is in Commandant for the first time ever. He's been in Commandant United Controls with a very small squad of the lead units. in Starcraft, he generally controls huge armaments. You can measure up to 100 or maybe even 200 units. Like I was just saying, he's gonna play a lot differently from what we've seen in Starcraft before and so far. So is it your new favourite commander? What do you think about the rankings? Sie sind alle meine Baby-Ausse. Tykes ist der erste Trainer, ich habe die erste Torwartung, also er hat ein specialer Platz in meinem Arm. Okay, ich würde gerne euch das Spiel spielen und darüber sprechen. Ich werde definitiv noch mehr Fragen stellen, wenn ihr live spielen könnt. Also für euch, bitte sitz da und spiel den Spiel. Bitte noch mal ein ganz großes Applaus für die beiden Jungs! Die legen jetzt los. Spiel eine Partie vor und miteinander zusammen. Ted and Don, der selbst Pro-Designer von Tykes, würden tatsächlich auch selber Tykes spielen. Vorher schaut uns noch ein kleines Video an. Wir haben natürlich noch ein bisschen was mitgebracht, nämlich das, was wir von Tykes gleich sehen möchten. Deswegen Video ab, bitte! Und da sind wir auch wieder zurück. Ja, wir wollen natürlich jetzt zuvor auch so schnell wie ich mal live weiterzählen, wie es jetzt hier noch mal ein bisschen weiter spielen. Wir zuschauen dürfen. Was mir so gut daran gefällt, der Punkt ist natürlich, das ist auch mal für die Partie und Gruppe ungeeignet, dass man Spaß haben kann. Es ist, ich sag mal, trotzdem eine Herausforderung, es ist trotzdem, man irgendwie nicht im 1 gegen 1, wo man alles geben muss, und das Gefühl hat, wenn man vier bei Team spielen, dann ist man durch. Ich würde nur sagen, ja, wenn ihr bereit seid, wir können starten. Glückwunsch! Ich werde euch jetzt noch ein paar Fragen stellen, inzwischen drin, gerade was die neuen 50s angeht, wie wir gerade festgestellt haben, wir haben ein ganzes Team, Cabin's Devils, so wie sie sich nennen, und ich bin sehr gespannt, dass ich selber schon ein bisschen gespielt habe, ich kann euch mal werbstens ans Herz legen, einfach mal rüber schauen, nämlich dadurch, dass wir zeigen, rechte Seite, ist der StarCraft 2-Bereich, der bei den Gruppen vor muss gespielt, und Titan ist natürlich auch von dem, aber natürlich auch jeden anderen, der am DERLY-Modell steht. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, Titan ist heute wirklich viel vor, und wie gesagt, hat es verschiedene Abilities, die man nutzen kann, und man kann richtig Gas geben, ist auch schon leicht im Spiel drin, und, ja, sie ist gestartet, mit StarCraft, mit Tim und Don, die Co-op-Designer von EFG StarCraft 2, für den Co-op-Bodus, und ich schaue erstmal ein bisschen über den Rücken, ja, bei dem Spiel, jetzt fragt jeder, sammelt natürlich manchmal ganz normal in der Kalina, und wie ich schon gesagt habe, es ist, es ist nicht so ein Troy-Art-Bodus, als ob man jetzt hier in der Grandmaster ist, und alles geht, muss aber im Winter dann alles davon probieren, damit es so aussieht, ist tatsächlich ganz so, Wichtig ist natürlich, also was ich hier muss ich sagen, ist, dass die beiden, wollten ich schon ernst sehen, beim Spiel auf dem, also, die Spielschaften total, dass die Volver schon nach einem Auslaufen dabei haben, vielleicht nähert euch inzwischen noch ein bisschen, so ein bisschen schickiger wird, das versteht mich auch nicht, das passt auch nicht so besser, klar, wenn ich auch noch drauf mag, dann werde ich die Winzer natürlich auf dem Spiel stehen, und, ja, wir haben natürlich gestern mal ein Maßenbau-Team, und, äh, wir sehen, inzwischen, wo man sich heute so ein bisschen auf, äh, auf Titans konzentrieren, gleichzeitig, wird aber, ein oberes Spiel, nur damit ihr auch wisst, wenn der zweite, noch mal wieder auf dem Spiel ist, den Spiel Winter, in dem Fall, aber, was mir auch gefallen hat, bei Titans, es gibt extrem viele Abends, also, wirklich, von am Set, äh, für jeden Kompanion, sozusagen, den Titans hat, haben wir, äh, sehr viele Upgrades, äh, Titan-Sales natürlich auch, äh, auch die Brands, zum Beispiel, da haben wir ja so gerade, sie im Prinzip, die IA zusammenziehen, bei Haubein, äh, äh, was ich hier auch ganz nice finde, ich höre uns eigentlich schon, die beiden zu Schlagen, haben sie ja wirklich gut so gebaut, sieht aber alles so weit ganz gut aus, ja, und, äh, das ist das schöne Propos, man spielt zusammen, man tauscht sich zusammen aus, man spricht zusammen, und, äh, es ist halt eben was ganz anderes, als wenn man 2 und 2 spielt, äh, auch, dadurch, dass man sich auch verschiedene Missionen hat, die man gefühlt, und, äh, und, äh, ich habe mir gespart dazu, äh, das geht jetzt, äh, das geht jetzt gleich zeigen, äh, vor allem Titans, ich habe ihn selber erst, äh, ein paar Mal gespielt, damit, äh, wenn ich da auch noch anfangen würde, den Kern schon dabei hat, den Kern selbst, äh, designt hat, und, äh, sich die Idee dazu überlegt hat, was einen kann, da kommt dann gerade raus, das sind die Titans, und, äh, und, äh, wir werden gerade erstmal die Rocks rauskommen, damit man natürlich mehr Ressourcen sammeln kann, dann geht's natürlich auch, auch, äh, 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 die Titans kosten natürlich ganz schön viel, ich hab's dir mal angeguckt, 1.000 in der Land, da müssen seine 200 Gas, das ist natürlich nicht ganz ohne, äh, dafür muss man schon bisschen sammeln, auch Gas ist hier tatsächlich, er wird jetzt viel gefragt, wir sehen, äh, äh, bei Mütter sind 2 Gas, und da bau ich glaube auch bei Kevin sind beide Gas da, und, äh, und, äh, er wirft nun mit in die Gradanz, um so viel Schaden, aber nur kleine Schilderinnen und Locken zu machen, also schon die Videokrechte bauen, die Exxelspiele und so, die STVs wird gerade sich gebaut, und, äh, das ist jetzt erstmal das anderes Geplätze, gleich wie beim ersten Unterschied gesehen, denn natürlich, äh, teilweise nicht mehr rein auf dem Feld ist, wenn wir natürlich versuchen, die Gegner hier langsam sich ja, äh, äh, ein Stück zu Stück raus, in die Bestunden, und diese, äh, übernicht man, wie das hier rausgeht, und der Gas mal gesetzt, wie gesagt, wir sehen es, also direkt noch mit Gas auf hier, wie gesagt, wir haben auch das im ganzen Abwehr ziemlich viel Gas, äh, das macht schon eigentlich sehr, da selber, ja, die Granate einfach mal kurz geworfen, macht natürlich auch ganz so einen Schaden, und, äh, sobald die Jungs auf die ersten, die sind interessant, dann werde ich natürlich auch mal nachhaken, so dass wir sehen, was hier vielleicht der beste Spiel ist, ähm, überhaupt bei brutal, natürlich gut zu gucken, wir sehen, der kleinste Ort, und das ist auch schon der Unterschied, wenn wir auf brutal spielen, dann kommt man halt irgendwie, drei Einheiten, die machen tatsächlich ernsthaft Schaden gegen Tykes, also ich hab das irgendwie auch normal gespielt, oder so, der Geist auf der Acht war, wir sind halt nicht brutal, äh, da ging das ziemlich, ziemlich locker, da konnte ich fast durchlaufen, äh, jetzt muss er schon rein, muss den immer wieder schießen, zurück schießen, zwölf, dann werde ich zu viel Schaden haben, und, äh, ich spreche es sicher auch ein bisschen nachher, und, äh, und, äh, es werden nie wieder jetzt gebaut, die natürlich auch für die Abwehr 10 noch da sind, und dann geht schon wieder weiter, und, äh, ja, und, äh, das ist der erste Support hier für Tykes im Spiel, und, äh, und, äh, und, äh, das kann das halt auch sein, und, äh, ich kann natürlich auch gleich mal fragen, das B, äh, in dem Fall, da kriege ich auch dann nochmal, im Prinzip macht dann auch 500 Schaden, das, äh, das, äh, das, äh, das Röschchen drauf, und dann dauert es ein bisschen, aber dann macht es glaube ich 500 Schaden, aber das ist natürlich auch ziemlich nice, wenn man halt auch gezeigt hat, dass wir sagen, okay, da wird jetzt was drauf gewartet, und, äh, das ist ja so, das ist ja so, und, äh, und, äh, und, äh, so viel Schaden, er macht natürlich viel Schaden, er wird auch viel Schaden machen, die Mission, das ist halt, dass er acht, äh, äh, züge dann auseinander nimmt, und, äh, so viel Schaden, die wirklich macht, deswegen war er hier aus dem Ripple gefallen, und, äh, der erste Zug habt ihr ja gar nicht schon gesehen, der wurde schon, äh, zerstört, jetzt, äh, sehen wir aber gleichzeitig auch, im Winter, Stück für Stück, äh, 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 und, äh, äh, und, äh, das Getränke, ja, also, es wird immer mehr, wie gesagt, auch noch mal eins ist, ist der Ripple geworden, ich bin gespannt, wer der zweite wird, äh, ich bin natürlich persönlich immer großen Freude von, äh, von, äh, Manic, den wir auch besitzt haben, tatsächlich, und auch der Organisation, der Fritz-Gattern im Order geworden, und, äh, äh, kann ich sagen nochmal, okay, der ist, äh, someone is coming and joining the team, right? Du musst du im nächsten Mal auf dem Poploch? Right, my next L1 is gonna be you are a rival state, he's gonna excellent, really, lots of anti-armor damage, again, uh, fokussing on killing trains, he's gonna be another good addition, to help kill trains on this mission. Alright, 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 und, äh, so viel Schaden wie möglich wollte er hier machen, nach dem Spur, wie seht's auch, die, äh, 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 die Einheiten durch die Nova, auch, also, egal, dass er jetzt so einen Schaden, äh, äh, durch den Kick den Winter hier, gekommen hat, also, doppel, doppelte Alana, wie Sie hier mal sehen, und, äh, die Zügel kommt schon ein Stückchen weit, aber wir sehen, wie der Schaden ist gemacht, mit den Kürtmegen, ja, und, äh, dann wird der zweite Zug dann auch erledigt, äh, und, äh, und, äh, so, ja, und, äh, ist es ein Stückchen, auch die Kommissons, ja, auf, das, auf die Zügel kommt. Und dann, wie die, die Kombination, und die Tychus, für die Zwischen, für die Trains, wie die, macht das, das Kombination? Ich glaube, die Kombination sind so, die sind auch ziemlich, die sind alle Uniten, die sind alle 다른 Uniten, und die sind, die können alle Ummehrung, und die sind alle, die alles anziehen, Und die Noma ist der Tychus, der Tychus ist. Sie hat all die Power. Sie hat zwei andere Armour-Suits. Sie kann nur zwischen den Schocken oder einem anderen. Und ich denke, es macht viel Sinn für irgendwelche Perspektiven. Natürlich gibt es viele Tychus, aber ich denke, es macht viel Sinn, aber es macht viel Sinn. Also, hier war noch mal kein großer Meta, aber eine sehr große Unterschiede bei den Bordeauxen. Und zwar natürlich, manche halt, die einfach über Masse gehen. Viele, viele Einleiten werden in Sport produziert. Und dadurch, dass wir hier die Züge rausnehmen möchten, müssen lieber scharke, wenige Einleiten, wo man den Fokus hat und dann auch wirklich immer, wenn die Züge kommen, dringend draufhauen kann. Und grundsätzlich mag das erst mal super, was er gesagt hat. Und auch die Hobby, die wir hier sehen. Ja, wir haben immer natürlich die gegnerische Einleiter rausgenommen. Ressourcen-Count. Ich sehe da seit ziemlich viele Männereien, zumindest was Winter angeht. Wir brauchen Gas, das ist aber nicht da. Ich weiß nicht, ob man die Freitag brauchen kann. Ich vermute noch schon, zum Preis noch frei. Aber was mir von der Hand, wo der Camp gut gefällt, der Ressourcen-Count, also die Butter für Männereien in der Regel. Jetzt mal ganz kurz drüber, ganz viel Gas. Aber dazu würde ich auch gerne was sagen. Wie er das so sieht, was das ausgeht von den Sourcen-Count, wenn man halt wirklich passiv einleiten würde. So ich jetzt gleich mal nach hinten zu müssen. Und dann zu müssen es dann. One thing I just realized is, I mean you don't produce a lot of units, but still your resources are kinder, I would say. Very bad, Richard. How does it feel? I mean, do you come up kind of well with your spending resources? Great, so instead of spending resources on units, like Winter is doing, I'm spending resources on creating a gear for my unlock. So basically, because I have so free units, I need to make them better. I need to get more abilities. As you can see here, I've researched two out of the core possible gear for this unlock. Okay. So what are you focusing in general on this meta least if you have the traits? Right. So, upgrade to like four. I mean, as you see here, demolition charges. This upgrade increases the damage of demolition charges by 100%, and it increases it from 500 to 1,000. So I have extra damage to trains. Right now, I think I have kind of a good army against trains, but I want to be able to kill units now. That's my game. Alright. ... and I'm just a good guy. Er hat sehr gerne gemacht. Er sieht die Ressource halt, außer dann, weil ich so eine Ablenke ziemlich gut ausgegeben habe, dass ich so viel Anklang gesetzt habe. Das ist halt auch schön. Also eine kleine Gruppe, an den Outlaws, an Zeichels und der Upgrade, immer unter verschiedensten Gebäude, um alle Outlaws auch zu upgrade. Und diese zu verstärken, war damals noch besser. Also wir sehen es jetzt, da wird es uns etwas größer hier geben. Da sehen wir die Granatenbank, die einer einfach mal wieder zusammenzieht. Und hier ist auch schon ein Podi hier, ohne gerade gesetzt, von Kevin. Und der hat dann auch mal einen ordentlichen, wirklich ordentlichen Schaden aufs Flashback hier. Und man sehen die Fans, die werden es gut ausgemacht. Und es sind ja am Spitzen, glaube ich, 3x4 befallen, 3 Stunden derzeit. Das ist jetzt ein Viertel, der technische Bekannte bei dir ist. Ja, das ist auch schon gelohnt. Das ist frei. Und der Schaden, den auch Ulta macht. Der ist schon ziemlich ordentlich. Hat jetzt noch von 70.000 Euro gehört. Und dann 2.000 Euro, 1.700 Euro gab es. Und der für ihn ist jetzt auch gelohnt. Der ist jetzt 5.000 Euro raus. Und die Zelle, muss ich sagen, kommt in. Die fällt mir sehr, sehr durch. Also, die wahnsinnige Würdigkeit bei der Mission, das sollte man sagen, noch mal ganz kurz reden. Man darf, wenn auch mal einen Fehler machen, bzw. es darf auch mal passieren, dass ein Zug durchkommt. Aber wie viel ist es so, dass ich glaube, sagt, Du not alone, 2 Trains to escape. Bisher haben sich alle erwischt. Und eigentlich, so war, darf auch mal passieren. Schon mal mal etwas weitergegeben. Aber die Ressourcen, die hier ausgegeben werden, sind immer noch extrem gut. Und deswegen, wie ich spreche, ziemlich viele Abbilds auch. Und deswegen macht natürlich die Autos immer immer stärker. Und sie brauchen auch guter. Eigentlich gibt es das ziemlich gut hin. Ja, muss auch sein, man leiden sie ziemlich viel bis dann nach 2. Aber das ist ja natürlich schon ordentliches Spiel nach wie vor. Und jetzt habe ich noch mal gesehen, die sind noch mal neu gesetzt. Ich sehe, sie können jetzt gleich kommen. Und jetzt sehen sie jetzt hier noch mal stets zurück. Um den Zug an die Autos zu fischen. Da auch wahrscheinlich auch was da sehen. Sie sind auf der Web-Landweg, sie nehmen so viel raus wie möglich. Beziehungsweise, da gab es das auch so bezeichnet. Ihr seht es dann auch. Da kommt natürlich noch mal ein bisschen zu mir. Cool, es ist dann auch zu sehen, dass wir auf der Freizeitleitung mal wieder mit dabei sind. Und das gefällt da auch immer sehr gut. Allein, zum Beispiel bei Schwarzladen oder bei Schwarzladen sind es natürlich auch immer sehr gut. Das ist natürlich auch immer sehr gut. Und das war dann auch noch ein bisschen zu mir. Ja, es wurde ausgestattet. Wir drücken hier hin. Und die Züge mit der Versen noch mal aus. Und das hat da auch schon wieder mit der Züge gesehen. In der Züge kann da noch mal sein, das kann er noch mal machen. Das kann er noch mal verbessern. Um auch noch mal ein bisschen Ressourcen auszunehmen. Und ja, MEDiK ist dann auch eine coole Sache. Mit vollem Fahrrad. Und wir haben auch einen schönen Flächendeal für alle. Da haben wir auch schon ein paar Mal reingesetzt. Einfach mal erinnert, wo wir ihn bekommen haben, dann haben wir richtig viel AP noch mal zurück. Aber natürlich auch, so wie man zum Ende kennt, der Heimat wieder reich sind. Das passiert ja bei uns jetzt. Also aus meiner Sicht einfach eine Pflicht, in dem Fall ein Auto mit dabei zu haben. Vielleicht ist es sofort wahr, vergangen. Und nochmal jetzt nicht als drittes oder zweites, aber später nach diesem Tiefen, das wird ja dann auch nicht einfach auf den Weg gehen. Einfach auf den Weg. Wir pushen jetzt weiter vor, gehen Sie in Richtung rechts, in Richtung rechts, mit 6 von 9. Das ist ja da. Jetzt geht es jetzt weiter. Wir haben ja auch den Hauptsatz zum Einzelhalte. Wir haben ja auch den Hauptsatz zum Einzelhalte, der mit dabei ist. Dann nutzt er aber noch mal das Angeteben und das Sement weg. Einladenstation, das führt zu Ende. Dann noch die zwei hinzukommen. Dann steht es wieder zur dritten Seite. Dann werden einige Türen jetzt im Haus. Ja, auch ein Mobil auf dem Meer unterwegs. Dann können wir auch nochmal richtig viel von der anderen Seite ankommen. Aber ganz ehrlich, Uli wird da nochmal gesetzt. Der macht natürlich auch unglaublich viel Schaden. Auch die Nova macht hier einen richtig guten Job. Und da kommen die nächsten Züge. Also 6 von 7 haben wir geschafft, das ist nochmal 7 mittlerweile. Also auch nicht mehr 1 so weit auf der Hand. Und wenn ihr das richtig seht, das sollte... Joa, die halten schon ein bisschen was aus. Und trotzdem, roter Bereich sind sie schon. Und wir sehen, dass der Oli hat sich nicht weiter. Und wir werden sie auch nochmal kontakiert hier. Das wird jetzt nicht mehr einfach. Und gleichzeitig ist der nächste Train wenn der Karte hinter durchlässt. So, da haben sie noch ein bisschen gar nicht schon gemacht. Was ist das hier für Winter? Oh... Winter, what just happened? Uh, I think my teammate was on the other side of the third. I was flat down low against some area of power and close our scenes. But I think the rest of mine is gonna be over here in a day. So it's not too big of anything. Okay. Ja, also, Nova ist die Angefallen. Und, das hat sich ein bisschen ärgerlich in einem richtig wichtigen Moment. Wenn er mal 20 Uhr gleichzeitig kommt. Aber, ich sehe jetzt hier, dass man grundsätzlich, ja, sie hätten schon hinterher. Da kann man natürlich auch ein bisschen weniger schauen, wenn man nicht so super mobil ist. Wenn man auch Panzer hat, zum Beispiel. Aber auch das, ist erledigt. Weil wir machen es schon neu. Aber, der Problem hier, ähm... Was sieht's? Ja, jetzt auf einmal schon ein bisschen der Härte hier. Darum werden sie gleichzeitig nochmal angegriffen, dass er natürlich fährt natürlich viele Wege da, die da noch runterzukommen. Da zieht sich nochmal ein bisschen zurück. Oh mein Gott! Und, äh... der Schaden ist noch ein bisschen höher, als man denkt. Äh... die Kamera kommt jetzt hier ganz zurück. Die Eindruck, die brauchen wir natürlich. Ich weiß nicht ganz, ob ich den Schaden rauskomme. in den Rüeber, das ist halt schon relativ krass. Weil jetzt sitzt in der Basic. Ja, man muss halt gleichzeitig verteidigen. Und, die Züge auch haben wir schon gesetzt. Die haben sich aufgeteilt. Das gefällt mir sehr gut. Und, äh... ist halt mit David dabei. Und das soll er jetzt hier auch erledigt haben. Hat den Trailer ausgenommen, hat sogar mal acht von euch. Aber, äh... wie wir sehen, Kevin musste den gleichzeitig verteidigen. Und das ist doch das coole, aber, äh... man muss sich aufteilen. Äh... man muss aufpassen, dass man die überraschenden Probe der Base auf einmal irgendwie den Exo verliert und seine Ressourcen irgendwie ausfallen. Äh... man muss auf die Augen aus ziemlich gut aufpassen. Gerade jetzt im Spedelfahrt das Spiel ist sehr schade, sehr relativ hoch. Wenn man halt nicht auf uns sitzen, halt sechs Teike ist deshalb genau. Äh... schneller dauert als man gucken kann. Und, äh... der Tusch ist schon ziemlich hoch. Panzer kommt jetzt mit dazu. Als Rütter tatsächlich wird er noch mal relativ eng. Die meinen das auch ernst hier auf der anderen Seite. Äh... wo wir sehen ist, da kommt der Zug. Das ist der letzte Rütte. Äh... Und, äh... der Kempel ist tatsächlich schon ein bisschen am Schluss. Also, man hat auch schon mehr Hauptoffer geworden. Da kommt jetzt aber wieder mit dazu. Und, äh... der Schaden... Ja, also... Der Schaden ist schon ziemlich gut. Jetzt aber man zeigt es wieder zurück. Von rechts kommt noch mal und sich geht der Schalter mit dazu. Weil jeder Kudel auskommt. Also... Und da gab es die Heilung hier von Ikara mit dazu. Einfach versucht so viel möglich zu eilen. Oder auch die Züge hier. Also sind schon im hohen Bereich. 1-2-2-2 nicht mehr kommen. Und, äh... damit... den neuen. Und, äh... ja... Und, äh... 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 und... und, äh... 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 und, da bin ich auch schon gerufen. Und, da bin ich auch schon gerufen. Natürlich kommen wir sofort noch mal einen großen Aufflaus an die Jungs hier. Die haben das mal fantastisch gemacht. Und, ja, Dennis, ich hab hier eine Frau, die haben die Leute geschwunden, äh... und, äh... und, äh... und, äh... und, äh... und, äh... Danke auch vielen, äh... äh... und, äh... Danke auch vielen, äh... Äh... Ich hoffe, dass ihr hier von der Tür, äh... äh... mitnehmen könnt. Und, die haben jetzt einen Einblick bekommen. Wenn ihr selber das Cock-A-Programm spielt, dann hat es ja schon gesagt...